Das ist ein innovativer GPS-Tracker für Haustiere. Mit ihm könnt ihr euer Haustier mit einem mobilen Gerät überall aufspüren. Obwohl das Tracking-Programm vollkommen kostenlos ist, erhaltet ihr jede Menge nützliche Funktionen. Einen Unfalldetektor, einen Aktivitäts-Tracker und die Möglichkeit Routen und Grenzen zu erstellen. Auf diese Weise könnt ihr Informationen über den Standort eures Haustiers und Benachrichtigungen erhalten, falls es diese eingestellten Grenzen verlässt. Das Produkt kostet 50 Dollar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. FURBO Dieses Gadget kombiniert eine Überwachungskamera und einen Hundenapf. Die Hauptidee ist nicht nur euch zu zeigen, was euer Hund tut, wenn ihr mal nicht da seid, sondern euch auch die Möglichkeit zu geben, mit ihm zu interagieren, indem ihr ihm Stimmkommandos gebt und er Leckerlis erhält, wenn er sie befolgt. Verlasst ihr das Haus, dann müsst ihr den Spender einfach nur mit Trockenfutter oder etwas anderem Leckerem füllen. Die Steuerung von FURBO erfolgt über euer Handy. Sendet ihr eurem Hund eine Belohnung, dann wirft FURBO ein leckeres Stück Futter für euer Haustier aus. Das Gerät kostet 99 Dollar. SimpliCleanBox Dieser automatische Katzenstreuautomat funktioniert mit Strom. Im Grunde ist es eine Box mit Katzenstreu, die sich ab und zu dreht. In diesem Moment verschiebt der Kollektor das Granulat und das Fließband befördert das feste Streu automatisch in einen speziellen Behälter. Die Flüssigkeit fällt auf einen zweiten Boden. Obwohl die Box vollkommen automatisch betrieben wird, muss der Behälter irgendwann gereinigt werden. Das automatische Katzenklo kostet 85 Dollar. Easy Feed Dieses Fütterungssystem kann über eine mobile App gesteuert werden. Ihr könnt die Lieferzeiten für Futter und Wasser verstellen und den Appetit und das konsumierte Wasser eures Haustiers analysieren und so aus der Ferne seine Gesundheit überwachen. Damit ihr sehen könnt, wie es eurem Haustier geht, ist das Gerät außerdem mit einer Kamera ausgestattet. Das intelligente Gerät kann für 155 Dollar gekauft werden. Sure Feed Dieser innovative Katzenfutter-Spender kann genutzt werden, um die Fütterung eures Haustiers zu kontrollieren. Die Innovation befindet sich im RFID-Mikrochip-Erkennungssystem im Halsband. Befindet sich der Chip in der Nähe des Napfes, dann öffnet sich der Deckel automatisch, um euren Haustier Zugang zum Futter zu geben. Entfernt sich das Tier vom Napf, dann schließt sich der transparente Deckel wieder, um das Fressen frisch zu halten und vor ungewollten Besuchern zu schützen. Das Gerät kann für 110 Dollar gekauft werden. Go-Bone Dieser Spielzeugroboter sorgt dafür, dass ihr euch weniger schuldig fühlen müsst, wenn ihr euer Haustier zu Hause lasst. Das Gerät ist knochenförmig, aber auch mit Rädern und einer Fernbedienung ausgestattet. Je nach Spielmodus wählt der Go-Bone selbst eine Strecke aus. Der Prozess kann aber auch über das Smartphone gesteuert werden. Die Batterie hält ca. 8 Stunden. Der Preis für das Spielzeug ist 199 Dollar. 1T Cat Toy Dieses interaktive Katzenspielzeug hat 6 Spielmodi und wurde speziell entwickelt, um den natürlichen Jagdinstinkt der Katze zu stimulieren. Gesteuert wird das Gerät über eine Fernbedienung. Das Spielzeug ist außerdem mit einem Timer ausgestattet, um die beste Spielzeit festzulegen. Bestellt ihr das Gerät, dann erhaltet ihr 3 Spielzeugsticks, einen Laserpointer und eine Fernbedienung. Das Spielzeug gibt mit 3 und die Fernbedienung mit 2 AAA Batterien betrieben. Das Gerät kostet 89 Dollar. Pebby Dieses Gerät verbindet sich über WiFi mit eurem Smartphone. Es ist mit einer Weitwinkelkamera ausgestattet, die mit 3 Lithium Batterien betrieben wird, die dafür sorgen, dass sie im Playback-Modus 1,5 Stunden lang betrieben werden kann. Der Ball hat außerdem integrierte Lautsprecher, einen Laser und LED-Lichter. Mit der mobilen App könnt ihr die Aktivitäten eures Haustiers in Echtzeit verfolgen. Ihr könnt außerdem Benachrichtigungen erhalten, um zu erfahren, wann euer Haustier angefangen hat mit Pebby zu spielen, ob es bellt oder sehr aktiv ist. Das Gadget kostet 125 Dollar. Catrice Modulatree Catrice Modulatree Das Produkt ist nämlich vollkommen recycelbar und frei von jeglichen Giftstoffen. Im Gegensatz zu anderen Katzenmöbeln passt das Design in wirklich jeden Raum. Ihr könnt es außerdem als Regal für eure Bücher oder für Schuhe benutzen. Das Produkt kostet 250 Dollar. Bis zum nächsten Mal. 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 I got you.